die haben auch einen crash ja und den driver, das ist das problem ich sehe so, zack mitte, mit top zack top ist auch ziemlich stark krass Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Minions have spawned. Der hat sich jetzt gekauft. Okay, lass uns das mal hier mit Würde zu Ende bringen. Das können wir doch locker gewinnen. Wenn wir uns anstrengen und unsere Randoms gut spielen. Lass die mal pushen. Wir haben eh keine Chance dagegen zu pushen gegen die beiden. Okay. 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 Waren wir egal. Also defensives Spiel. Okay. 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 Wir können am Anfang nichts machen gegen den. Wir können am Anfang nichts machen gegen den. Okay. Mal dies. Okay. 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 Gott Haben die beide geflasht oder nur eine von denen geflasht? Einer nur Ne ja nicht, der hat am Ende auch noch geflasht Soll Wer geht? Fuck man Oh mein Gott Was los? Ja, schiss mit Ich habe so viel Lastes verkackt, deswegen Ich habe so viel Lastes verkackt, deswegen Ich habe so viel Lastes verkackt, deswegen Ich hätte werden killen müssen ey, so eine Scheiße, ich kriege ihn nicht mehr Ich habe da vorne einfach trof geflasht, das war einfach sinnlos Oh Wo hast du herstellen? Im Bosch, hier unten irgendwo Ey, die kommen nach unten Komm, besuch Ganz zurück, war kein Sinn Pass auf, ne? Hm Trash ist hier Hm Fällt der mich oder was? Ey, wollt ihr nicht drauf? Kann doch nicht, guck mal den Creeps an hier Okay Da hat er gewordet Der hat hier gewordet Der hat hier gewordet Ganz ganz gut So lange was ich hier fertig mache Irgendwann ist in Ordnung Da ist oben, also easy Da ist oben, also easy Da geworden Da 45 erst bei 48, also Der große muss ich haben Nein, scheiße Na meine Süße Get out, man Ich hab gebeten, ey In Ernst Du hast kein Mana mehr Aber Soll ich rein? Ich weiß gar nicht, wie das macht, dass er immer so lange wach bleibt, ey Ich bin jetzt schon todmüde, ey Eppen, Junge Kuppe lutschen Ich bin jetzt in Level 6, Alter Ich bin schon seit 10 Jahren Level 6 Läuui? 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 Jetzt hab ich die Falschanlage dritten Ey jetzt rück ich auf Ulti Also wär ein Vorteil Ja, hätten wir schon, aber er ist Level 7, ne? Go, go, go Go, go Tja, ein bisschen Oder? Fuck it, alter Was? Und, äh, Mitte fehl, ne? Oh, fuck Oioioioioioioioioi Ich hatte Schild, ich hab grad drauf gedrückt Wieso kommt der nicht? Dendra ist erstmal weg vom Bot Fuck, man Ich hätt ihn haben können Ich hab so ne Scheiße gebaut und hab schon F zu klicken F we fail? Hm? F we fail oder was? Nein, F we F we fail F we fail F we fail F we fail? F we fail? Du hast wohl F we fail gedrückt Ja, ich... Er ist auf 7, Mann Er hat mehr Creeps, er hat mehr Sachen Ich weiß was ich machen soll Wen spielst du denn? Draven Ich kann noch überhaupt nichts gegen dir Der hätte ich kann sowieso Momentan überhaupt nichts gegen dir machen Ich brauch noch auch nicht ein Game Draven macht das schon auf gleichem Standpunkt platt oder nicht? Ich weiß nicht, wie gut es ist Draven ist viel stärker als wir ihn Ja, sag ich doch gerade Ja, Late Game nicht Ja, wenn ich den Tag-Speed habe und so Nee, Late Game nicht, auch weil Lane ist der kratzer Typ Boah man, diese Damage Na fuck, Alter Wo kommt der denn jetzt her? Ja Wo kommt der denn jetzt her? Na? Nach Amo komm Amo Ja, das gibt es nicht, fuck you Ja, ich... Nein Nein Uiuiuiuiui Wollen wir den Janks machen? Nee, ich mach den Janks Wurde schon noch was Ja, immer ein bisschen mit den Farben. So schnell wie möglich mein Wettbewerb-Kingsamt kriegen. Ein bisschen Taucher runterhauen, haben sie bei uns auch gemacht. Hier hat unser... Und die ist weg. Egal, wir haben gewordet. Scheiß drauf. Was ist denn? Für den Großnamen. Gut. Ach, ich bin. Da auch kommt. Die Mitte fehlt. Ich bin schon aus bei uns. Ja. Ich hatte eine RBF, zwei Durans. Oh, Alter. Scheiß, sie waren dann. Ich hatte zwei Kills. Ah, der hat gepinkt. WTF? Mein Gott. Ich komme nach unten, ne? Ey. Macht euch bereit. Ja, ich bin bereit. Doch bereit. Ich bin bereit. Oh mein Gott. Ich bin bereit. Da hab ich doch mein Ding ins... mein... Bade für ein Ding. Wie gestohlen oder was? Drang, 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 drang. Wir sind schon hier. Bist du dir locker schaffen? Ja. Ich hab kein Mana. Der Pilk ist XP. Unser Team... XP ist doch global. Geht nicht sogar. Gold und XP sind global. Geht halt alleine rein. Ich kann mich schon, ich kann mich schon. Micha gar nicht da mit euch. Zock. Micha spielt ein Spiel oder so. Blubuff. Er hat ja den Kill bekommen, deswegen hast du Blubuff. Na ja. Ich kann mich einfach mal zu raiden jetzt. Ach, ich will. Ich hab die Schichter von Thresh. Ich hab die Schichter von Thresh. Hau. Gering kommt. Er kommt? Hm. Wer? Hau. Hau. Ach so. alles gesehen und mein gott dann gemacht nicht auf die latinne geklickt ja dann muss ich jetzt auch weg gehen hey die kommen ich stehe jetzt gerade wo ich bin ich bin auch da ja aber ich musste weg gehen ich stehe zu na fast ja jetzt jetzt Das war's für heute. Oh mein Gott, krass macht die Fische an. Ich kann drauf, wie ich treffe. Ja, mich. Rüber. Ich komm jetzt ein Ciao, hab ich gesehen. Oh mein Gott, was machen die alle hier, Alter. Die sind ja dahin gekommen. Der ist über die Wand wahrscheinlich, nein, geht auch nicht, so weit kommt der nicht rüber. Ich hab den nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich hätte aber weggehen sollen, ich war zu greedy für Thrash nachher. Den hab ich ignited. Ja, ich hab den jemanden bekommen sehe ich gerade. Ja, ach, ich hab den bekommen. Ja, GG. Was macht der da? Was flasht du auf einem tot igniteden Thrash hinterher? Ja, ich hab gedacht ich komm nicht mehr weg und dann wollte ich wenigstens noch einen Kill mitnehmen. Ich hab den ignited nicht gesehen. Gott, dann krieg ich wenigstens noch einen Kill. Lass mir bitte... Lass mir bitte... Lass mir noch einen Kill, man. Lass mir noch ein bisschen farmen lassen. Ja, ein Golem überlasse ich dir wohl. 1-32 und 1-23. Die haben dich Drang gemacht, ne? Können wir auch gar nicht, weil der noch gar nicht wieder da war. ja auch nein wir haben ihn nicht wir haben ihn gemacht wir haben ihn gemacht wir haben ihn gemacht und das sind Prozent oder nehmen wir haben den gemacht ja einmal aber ist es nicht schon der zweite mehr ein Kieftel ein Schwerter verkehrt oder weiß es nicht Armbuduch hier ich hab grad aufgeklickt Nope Särfst du das... hat der Red... Red... Dingens gehabt oder so, weil er mich hart geslowt Der hat nicht mal Red, warum slowt er mich dann? Diese Missgeburt Oh, der Renekton schafft's ja Ja, mittlerweile Wir sind zu viert da, ne? Der hat ein bisschen Wurde ihn da hingelegt Hey, siehst du, jetzt ist der zweite Dragon da Jetzt machen wir ihn Komm Ja, wir wollen ihn klauen Oh, drüber oder so Du hast noch einen Wurde Haben sie schon Und überlebt es vielleicht Obwohl, nein Und überlebt es vielleicht Das ist ein... Das ist ein... Boah, der noch Flash Das ist ein... Oh, ihr überlebt's Wtf Wtf Die haben nur viel Gewicht Ah, fuck man Alle oben So? Hier Und alle daneben Wollen alle den haben, ey Ehrlich den hat Egal, dann kann ich hier in Ruhe fahren Ja Ja Und ich kann hier den Midtower mir nehmen Geh'n hier zurück, Leute Wo die Muschis Dann geh' ich mal zu dem In Chou In Chou kommt direkt zu Fuß in die Mitte Aber der Rest ist Bot Ja, ich hol mir den Blue Kommst du mit? Äh, K6 Ah, scheiße Haben sie schon gemacht, die Pisser Das ist Botower eben Das ist Botower eben Ja, ist es so'n Tick von mir Ich sag' immer, wir wollen die Champion haben Boah, fuck it Die kommen wahrscheinlich runter Also pass auf Ja, Tor kriegen wir noch Und jetzt Mitte pushen oder was? Ah, B gehen Pensil kaufen Ja, gar nicht gewordet hier, Alter Äh, ich weiß nicht, soll ich mir Du bist static Schiff oder eher Phantom-Tänzer Phantom Dancer 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 Okay Ich bin mal 1,5er Tech Speed jetzt Ich bin mal 1,5er Tech Speed jetzt Ich bin mal ganz normal Was macht der da schon wieder? Christ of Cube Ich kann mal nur so'n beknackten Namen Und das so Oh Und Buller? Ich bin ja feitlich, ich bin da, ey Oh, lol, Alter, das ist ein Hickering, ey Oh, Leute Oh, Leute Warum sollst du ihn wahrnennen? Wir gehen zu dir Ja, ich seh schon, ich lauf schon Hast du ja perfekt gewordert, der ganz im jungle da. Den oberen, da war ich hier. Oh, der ist über 171er Farm. Fucking Graven, Alter. Hier in meinem die, die Geister. So ein Arsch. Einbekommen. Einbekommen. Ja, aber trotzdem. Allein, dass du es versucht hast. Kommt, das Blue machen wir jetzt nicht. Der Red? Nein. Der Red? Nein. Ist einer von uns Red? Nein. Jetzt fließen die Lane unten, oder was? Spacken. Ja, da können wir... Ja, da ist er wieder unten. Baron mäßig so weit machen. Warte. Pushen? Er pusht grad. Er tut wieder nicht pushen. Was macht er da für eine knackte Scheiße? Der Jaws unten. Aber wir kommen auch runter. Ich komme... wenn ein Flas erst gesehen hat, weiß ich nicht weiter. Wenn ich eine Flasche dabei bekomme, schweigt. Wir Use1 of ein Flas. sometimes. 士NBA Hau, 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 hau. Fuck it, Alter. Zwei für einen, egal. Dafür haben wir den Top Tower. Wenn er den macht. Den Inhip Tower. Aber was soll er sonst machen? Die Lane will er ja nicht verlassen. Äh, ich hab Angst. Warten wir da jetzt noch, oder hauen die ab? Ich riskiere's. Äh, und die haben wir gewartet. Holt unten den Farm. Oh, da ist Dragon. Ich habe Orakel mit dem Dragon, Clean. Lass mich holen den Farm bitte. Oh mein Gott, ey. Holt unten den Farm. Oh, da ist Dragon. Der Orakel ist mit dem Dragon, Clean. Lass mich holen den Farm bitte. Oh mein Gott, ey. Ey. Lass mal das Ding. Wenn der steht, mach nie Baron. Was? Wenn der steht, mach nie Baron. Das Mikro von Mike rauscht. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Ey, das ist so scheiße. Ich bin so schlicht und fest. Was macht der da? Leute? Ich bin noch da. Warte. Komm auch. Ist das hier alles geworden? Warte. 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 Und scheint, ey. Ey, Hernng schl-schl-schl-schl-schl. Drain, wenn mein, wenn mein BFs zu hat. Also Barrel ist nicht gebäutet. Der Barrel ist nicht gebäutet. So, ich hab mein BF-Sort Dann lass mit dir hier, komm Hey Karin hat sich gewartet, was ist das denn ein Trottel, ey? Wo haben die gewartet? Nirgendwo haben die gewartet Nur ein Queer bis jetzt Oh mein Gott, nichts Also schon mit dir da Oh mein Gott Ja, das ist ne 400, ne, ist zu viel Irgendwas zu machen Lass Barrel machen, die haben nicht geordnet Lanes werden eh gepäuscht Boah Wir haben aufgehoben Haben die meine Lane hart abgefuckt, wie spaß das ist Die haben sich halt leichte Opfer gesucht Leichte Beute Naja, Freakills Das war's Das war's Das war's